Herzlich Willkommen zum Überraschungs-Treffen. Das ist auch der Name der Mission, die wir jetzt spielen werden. Ich hoffe, ihr reden. Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung. Oder? Wenn sie von den Schnatzern hören, verstehen sie, warum wir hier sind und werden helfen wollen. Ich hoffe, du hast recht. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... ach egal. Was ist denn? Es ist nichts. Ich. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihm, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles Gute. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte. Wir wollten mit euch sprechen. Ah! Du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herr zu kommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, Alterna. Ich führe diese Herde an. Während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder. Wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Folgende Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz. Noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderen zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ja. Da holen wir mal den Mondstein, würde ich meinen. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Hier habe ich auch mal einen Mondstein drüber. Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Er hätte sich klarer ausdrücken oder kurz unsere Fragen beantworten können. Zentauren sind kryptisch. Oma sagt, niemand drückt sich umständlicher aus. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Okay, warum bloß mit den Zentauren... Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Mal sehen, was wir da erfahren von einer guten Papie.